Bonjour und salut im Globus in Saarbrücken. Riesiger Markt, 15.000 Quadratmeter, 480 Meter weiter, bis zu 12.000 zahlende Kunden am Tag. Und trotzdem gehen wir auf Regionalität hier ein. Also beispielsweise heute haben wir in Aktion den Bauer Funk mit frischen Erdbeeren hier von der Saar und Spargel. Wir haben hier 30 neue Kassen geschaffen. Zum einen ist Tabakware in Bedienung, zum anderen haben die Mitarbeiter hier die Möglichkeit sich frei zu bewegen in den neuen Kassentischen. Bella Italia, diese Woche haben wir eine Aktion rund um Italien. Es gibt leckeren Käse, passenden Salami, Parmaschinken und wie immer ein ebenes Trüppchen. Speziell für das Haus Flüdingen haben wir einen eigenen Lammzüchter, der Lämmer nur hier für das Haus züchtet. In der Metzgerei führen wir Fleisch, Schweinefleisch und Rindfleisch, das von der Besamung bis hier eigentlich in die Mettwurst hinein kontrolliert wird. Vor zwei Jahren in der Planungsphase haben wir hier mit unseren Kunden in der Universität des Saarlandes ein neues SPW-Warehaus konzipiert. Die Kunden durften wählen, wo welche Abteilungen liegen. Also stolz sind wir auf unsere neue Käse- und Gourmetabteilung, die wir nach italienischem Vorbild gebaut haben. Der Vorteil ist, dass der Kunde direkt bei unseren Mitarbeitern steht, ohne Käfe, ohne Barriere. Eins meiner Hobbys sind Essig und Öle. Ich habe mit Kollegen ein neues Essig- und Ölsortiment erarbeitet und durfte über 100 Sorten Öl testen. War nicht immer angenehm, aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017